Ich würde sagen, dass ihr ein Gefühl für die Kratz bekommt, wie sie reagieren, wie was für Lenkradius sie haben und so weiter und so fort. Dann nehme ich die 87 hin, oder hinter die 87 hin und los. Dein Parkour. Wenn du da drinnen schaust, schlägst du im Griff, dann ist es vorbei. Ich habe langsam gesagt, oder? Was? Ich habe langsam gesagt, oder? Ich langsam. Du bist jetzt schon die Kurve rumdriften. Das ist langsam. So wie deine Vorfahrer, ich habe gesagt, nicht driften. Das ist nicht driften. Mein Name? Ja! Facebook? Ja! Ich habe meine Vorfahrer. Das ist nicht dritt. Ich habe meine Vorfahrer. Ich habe meine Vorfahrer. Ja, ja! Ich habe ihn nicht gestorben. Ich habe ihn nicht mal gehalten. Ich habe ihn nicht immer gehalten. Als ich mir gehört habe, mach dich also, Vielen Dank.